Herzlich Willkommen hier zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Nach Beantigung der Hinrunde, übrigens war es die drittbeste in 14 Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit für den FC Erzgebirge Aue, steht nun schon der 18. Spieltag auf dem Programm. Am Samstag um 13 Uhr ist die Spielvereinigung Kreuter Fürth unser Gast. Wir blicken nun gemeinsam voraus auf diese Partie mit unserem Cheftrainer Dirk Schuster. Ja, nochmal Glück auf in die Runde. Ich denke, nach dem Erfolgserlebnis gegen Jan Regensburg mit dem 1-0-Sieg, wollen wir jetzt auch das letzte Spiel dieses Jahres für uns positiv gestalten. Die Mannschaft hat den Turnaround hingekriegt nach zwei Niederlagen vorher, hat mit hohen taktischen Disziplin, sehr viel Mentalität, Kampfkraft, aber auch mit spielerischer Qualität, sich Chancen rausgearbeitet, speziell in der ersten Halbzeit, hätte in der zweiten Halbzeit auch einen Sack zumachen können. Hinten raus nochmal ein klein wenig ins Wackeln gekommen, trotzdem nicht ganz unverdient dieses Spiel auch gewonnen. Und daran wollen wir natürlich jetzt in der letzten Partie gegen Kreuter Fürth anknüpfen. Wir haben die Fürth da analysiert, haben großen Respekt vor dieser Mannschaft. Ich persönlich habe sie in Heidenheim selber unter die Lupe nehmen können, wo sie 1-0 verloren haben durch eine Standardsituation, wo sie aber eine sehr hohe fußballerische Qualität auch gezeigt haben, wo sie beim Stand von 0-0 einen Elfmeter verschießen, wo sie auch immer wieder gefährliche Situationen vom Heidenheimer Tor heraufbeschworen haben, auch viele Chancen hatten, sehr viele Positionswechsel auch in ihrem Spiel hatten. Und wo sie dann in den zwei Spielen danach gegen Bochum und jetzt speziell auch in Karlsruhe beim 5-1-Sieg diese Chancen, die sie hatten, auch verwertet haben. Und auch mit breiter Brust, mit zwei Siegen im Rücken, denke ich, hier im Erzgebirgsstadion aufkreuzen werden. Und das ist eine Mannschaft, die unwahrscheinlich flexibel spielt. Fast alle Nuancen des Fußballs, ob das Spielverlagung sind, Positionswechsel, Interspitze, Kombinationsfußball, Doppelpässe, alles bedient, Flanken von außen, flache Eingaben von außen, wo wir defensiv höllig aufpassen müssen, um die Chancen gar nicht erst zuzulassen oder in diesem Maße einzudämmen, wie sie die in den letzten Spielen hatten. Wir wollen auf der anderen Seite natürlich an die ordentliche Leistung im letzten Heimspiel anknüpfen, wollen unsere Heimserie weiter ausbauen, wollen den Zuschauern ein gutes Spiel zeigen und alle hoffentlich mit einem guten Gefühl nach dem Spiel, nach der Mettenschicht, dann auch nach Hause schicken. Von der personellen Struktur der Mannschaft, Langzeitverletzte, Breitkreuz, Majeczak und Kalich wird keiner zur Verfügung stehen. Das war ja allerdings bekannt. Denno Kempe ist noch im Aufbautraining, hat auch noch keine Einheit mit der Mannschaft über die volle Distanz absolviert, hat Teile des Trainings mitgemacht. Chibis Strauß ist auf dem Weg der Besserung, sodass es bei Kempe und Strauß noch das eine oder andere Fragezeichen gibt. Alle anderen Spieler standen heute vor den letzten beiden Trainingseinheiten zum Spiel hin einsatzbereit, brennen auf das letzte Spiel, diese 26 Punkte noch was obendrauf zu packen. Und das muss unser Ansatz sein, gute Leistung abzuliefern an diese Struktur, diese taktische Disziplin, ihn an diese Willenskraft und an diese spielerischen Momente anzuknüpfen von der letzten Partie, um dann nach Möglichkeit auch die drei Punkte hier zu behalten. Dankeschön, Herr Schuster. Nun die Fragen der Presse. Sebastian Sieberts von der Freien Presse Chemnitz, bitteschön. Herr Schuster, Sie haben vergangene Woche eine Dreier- bzw. Fünferkette aufgestellt. Was hat Ihnen da gut gefallen, was ist der Vorteil davon und ist das auch eine Option für das Spiel jetzt am Sonnabend? Definitiv ist es eine Option, um mit dem zweiten Teil der Frage anzufangen. War speziell auf die Regensburger etwas ausgerichtet, weil sie mit den beiden Stürmern von, aber auch mit den offensiven Mittelfeldspielern fast mit einer Vierer-Angriffsreihe gespielt haben. Das war uns aus der Analyse der Spiele der Regensburger vorher bewusst. Und wir wollten darauf reagieren, um da auch eine gewisse defensive Stabilität in unser Spiel zu bekommen. Das hat uns, denke ich, bis auf die ersten fünf, sechs Minuten ganz gut getan und auch ganz gut geklappt. Ich glaube, dass wir die Chancen danach von Regensburger Seite auch etwas selber mit eingeleitet haben und begünstigt haben durch individuelles Fehlverhalten, was aber durchaus im Spiel öfters mal vorkommt. Aber ansonsten glaube ich, dass diese Dreierkette, die aufgefüllt wird im Defensivbereich, bei gegnerischem Ballbesitz auch wieder eine Option für das Spiel jetzt sein wird. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Qualität in der vordersten Reihe bei Kreuter Fürth auch ähnlich, wenn nicht sogar ein bisschen besser, als die der Regensburger gelagert sein wird, dass sie sehr offensiv auftreten werden, dass sie auch immer wieder mit hohen Außenverteidigern arbeiten, vorne fast mit drei Stürmern spielen und einen Achter immer noch nachschieben, so, dass wir gut beraten sind, diese Angriffswellen der Fürther zum Stehen zu kriegen und dann selber durch schnelle Umschaltbewegungen auch die Räume, die dann auf der anderen Seite entstehen, auch nutzen wollen. Dann nochmal, Herr Sieberts, bitte. Natürlich ist jeder Sieg wichtig, aber jetzt speziell vor Weihnachten. Wie wichtig ist es, einen Sieg dann auch mitzunehmen, um ein gutes Gefühl zu haben für die Vorbereitung? Ja, ein Sieg wäre natürlich optimal. Das ist auch unser Ziel, diese drei Punkte hier zu behalten. Das ist ganz klar, eine längere Pause danach sorgt dann für ein gutes Gefühl, ein schönes Weihnachtsfest und auch einen guten Start in die Vorbereitung. Ich glaube, dass ein Erfolgserlebnis allen nochmal gut zu Gesicht stehen würde und auch die Stimmung weiter sehr positiv im Erzgebirge und bei allen Leuten, die sich mit dem Verein verbunden fühlen, auch halten wird. Ich denke auf der anderen Seite aber auch, dass diese 26 Punkte, die wir jetzt erreicht haben, ein gutes Fundament sind, auch das Ergebnis von sehr ehrlicher Arbeit der Mannschaft und des gesamten Vereins sind und dass wir da noch was obendrauf packen wollen, um den nächsten Schritt auch zu machen, punktemäßig, vielleicht in der Tabelle, die mich aber gar nicht so groß interessiert, aber in Richtung 40 Punkte, die wir schnellstmöglich erreichen wollen, um weiter im ruhigen Fahrwasser zu bleiben. Sie sehen ja selber die Tabelle in der zweiten Liga brutal eng. Die Spiele fast immer ganz eng. Kleinigkeiten und Nuancen sind entscheidend und da wollen wir jetzt am Wochenende auch wieder vieles richtig machen. Ja, dann hätten wir Sven Herold von MDR aktuell, bitteschön. Trainer, die Heimbilanz möchte ich nochmal kurz ansprechen. Wenn das Team gewinnt am Samstag, ist es Nummer 1 sogar in der zweiten Liga, was die Heimtabelle angeht. Da wäre man an Stuttgart auch noch vorbeigezogen. Können Sie mir als Laien erklären, wie sowas erklärbar ist, dass eine Mannschaft zu Hause so dermaßen stark ist, praktisch fast jedes Spiel gewinnt und auswärts jetzt nicht ganz so viele Punkte geholt hat, wie diese Diskrepanz zu erklären ist? Weil das Spiel ist ja eigentlich das Gleiche, egal ob zu Hause oder auswärts. Es geht immer bei 0-0 los und elf Mann auf jeder Seite stehen auf dem Platz, das ist klar. Das Spiel ist immer dasselbe. Also ich denke, dass es hier im Erzgebirge eine ganz spezielle Symbiose auch gibt zwischen den Zuschauern, den Fans, der Mannschaft, wo der Funke von einer Seite auf die andere immer wieder überspringt, wo wir auch Freitagsabendspiele hatten, die was ganz Besonderes für alle Menschen, aber auch für die Mannschaft sind. Dass wir auf der anderen Seite diese große Diskrepanz, die Sie ansprechen, also gar nicht so als Diskrepanz sehen, leistungsmäßig. Von den Ergebnissen gebe ich Ihnen teilweise recht, dass wir da in diesen Auswärtsspielen punktemäßig nicht das erreicht haben, was wir hätten machen können. Wenn man die Spiele differenziert betrachtet, waren wir chancenlos in der Partie beim HSV, das ist korrekt, aber ich glaube, das ist schon anderen Mannschaften passiert, bei großen Mannschaften der Liga wenig Möglichkeiten zu bekommen, um Punkte zu ernten. Bochum haben wir kein gutes Spiel gemacht, da müssen wir uns an die eigene Nase packen, wo die Ursachen dafür lagen. Das haben wir getan, das haben wir analysiert. Wir haben danach in Hannover eine deutliche Leistungssteigerung hingelegt. Wir haben in Hannover zweimal geführt, haben uns in der letzten Situation beim 3-2 ein bisschen selber beschissen. Wir haben uns in Darmstadt ein bisschen selber um den Lohn der Arbeit gebracht. In Kiel verschießen wir einen Elfmeter, schießen in der letzten Minute ein Tor, was aberkannt wurde. All diese Beispiele sind für mich allerdings auch ein Fingerzeig, dass wir in vielen Ausspatsspielen konkurrenzfähig waren, dass wir auch in der Chance waren, zu punkten oder noch mehr zu punkten, wie wir es bisher getan haben. Und dass aber in der letzten Konsequenz wir diese Kleinigkeiten und auch diese Nuancen, die ich angesprochen habe, auch zum Ende des Spiels falsch gemacht haben und falsche Entscheidungen getroffen haben und dann auch dafür noch bestraft wurden. Das wird eine Aufgabe für uns sein, das in der Zukunft auch in der Rückrunde besser zu machen, auch punktemäßig da mehr einzufahren, als wie es jetzt in der Hinrunde passiert ist. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir richten jetzt aufs letzte Spiel den reinen Fokus und die große Konzentration auf nichts anderes als Kräuter führt, hier einen großen Kampf zu liefern, nochmal alles abzurufen nach Möglichkeit, die Nummer eins in der Heimtabelle zu werden und allen Leuten ein schönes Weihnachtsfest und dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu bescheren. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job. Darauf haben wir auch in der Woche jetzt sehr intensiv hingearbeitet. Wir werden auch nochmal die Eindrücke der nächsten zwei Trainingseinheiten da mitnehmen und dann hoffentlich die richtige Taktik, das richtige System und die richtigen elf Spieler, die am erfolgsversprechendsten sind, in die Anfangsformation schicken. Wohl wissend, dass alle anderen, die auch vielleicht nicht von der ersten Minute zum Einsatz kommen, darauf brennen, der Mannschaft zu helfen beim eventuellen Einsatz, dass wir dann auch alle besinnliche, frohe und glückliche Weihnachten haben. Da will ich direkt nochmal anschließen, Stichwort besinnliche Weihnachten. Zum Jahresende guckt man ja auch gerne mal so ein bisschen zurück. Sie sind Ende August hergekommen, also haben so ein paar Monate, vier knapp hier verbracht, sind gekommen zu einer Mannschaft, die ja intakt war, was ja ungewöhnlich ist, wenn man in der Saison den Trainer wechselt. Normalerweise ist man dann als Feuerwehrmann eher gefragt in einem Krisenteam. Hier hat es schon funktioniert vorher. Inwieweit hat Ihnen das geholfen, diese Startsituation, diese Startposition? Und wie haben Sie diese vier Monate ganz einfach und allgemein erlebt hier im Erzgebot? Also diese Startposition war schon punktemäßig eine gute Ausgangssituation. Nach vier Spielen sieben Punkte, da kann man von einem guten Start der Mannschaft sprechen in die Saison. Die Mannschaft haben wir ja vorgefunden als sehr willige, wissbegierige, lernfähige Truppe, die auch den einen oder anderen neuen Input aufgenommen hat, wo wir gar nicht so viel verändert haben. Wo wir verschiedene kleine Stellschrauben nochmal etwas nachjustiert haben, wo wir dann auch zum Anfang helfenderweise positive Ergebnisse hatten mit einem unentschiedenen Kiel, was auch ein Siegkicket sein könnte. Dann haben wir das Heimspiel gegen Osnabrück hier 1-0 gewonnen, dann nochmal vier Punkte aus zwei Spielen dann obendrauf gepackt. Das war schon für die Stimmung innerhalb der Mannschaft, aber auch für die Entscheidung des Vereins ein wichtiger Bestandteil, um da auch weiter in Ruhe arbeiten zu können. Eingewöhnungszeit haben wir Gott sei Dank keine gebraucht. Es war hilfreich, dass ich die ersten 20 Jahre meines Lebens hier in der Gegend verbracht habe, sodass wir von der ersten Sekunde auch ein sehr gutes Gefühl hatten, für mich speziell und persönlich wieder zu Hause zu sein. Der Kreis hat sich irgendwo geschlossen. Und wenn ich jetzt über diese Zeit seit dem ersten Arbeitstag zurückblicke, muss ich sagen, dass ich jeden Morgen mit einem Grinsen im Gesicht, mit einer hohen Jobzufriedenheit hier mich auf die tägliche Arbeit mit der Mannschaft freue, die mir unwahrscheinlich viel Spaß macht, wo die Mannschaft auch voll mitzieht. Sich noch nicht immer, aber größtenteils auch für den Aufwand, den sie betreibt, belohnt. Und dass wir diese Situation, wie sie sich momentan darstellt, auch sehr positiv beeinflusst haben und dass wir in der Entwicklung der Mannschaft, aber auch des Gesamtvereins, da auch helfenderweise, unterstützenderweise mit eingreifen können und da auch eine große Verantwortung, der wir uns bewusst sind, auch mittragen und hoffentlich alles in weiterhin ruhigen Bahnen und in die richtige Richtung lenken können. Herr Schuster, ich habe mal eine Frage zu Louis Samson. Er hat vorige Woche Abwehrchef gespielt, ist in der Saison 2016-2017 auf dieser Position groß rausgekommen. Haben Sie sich daran erinnert oder haben Sie einen Tipp bekommen oder ist Louis auf Sie zugekommen? Wir stehen ja auch im stetigen Austausch mit den Spielern und führen ja auch viele Gespräche individueller Art mit den Spielern. Und da wir vom Trainerteam auch sehr lange in der zweiten Liga beheimatet waren und in Louis auch schon von seiner Braunschweiger-Zeit, dann seiner Auer-Zeit, ich behaupte mal etwas genauer kennen, war uns das schon bewusst, dass er verschiedene Positionen im Defensivverband spielen kann. Und er hat beim Pokalspiel in Düsseldorf, wo er erstmalig zum Einsatz kam, ein hervorragendes Spiel gemacht. Dort haben wir schon mit dieser Dreierkette agiert. Da hat er auch in der Zentrale eine bedeutende Rolle gespielt, dass wir dieses Spiel auch gewinnen können, was wir leider im Endeffekt nicht getan haben. Aber die Art und Weise, wie er da aufgetreten ist, hat uns dann bestärkt, dass er sich auch im Training anbietet, dass er auf seine Chance lauert, gebrannt hat. Dann, ja, für ihn unglücklicherweise danach der Schwenk wieder zur Viererkette ging. Er erstmal so ein bisschen zähneknirschend wieder auf die Bank musste. Er hat es aber wie ein Profi weggesteckt, hat sich weiter im Training angeboten, hat gezeigt, dass er weiter in die Mannschaft möchte und hat das auch in dem gesamten Defensivverbund, wenn ich dann nochmal die ersten fünf, sechs Minuten rausnehme gegen Jan Regensburg, wieder eine überzeugende Vorstellung gebracht. und ist natürlich jetzt auch ein ganz heißer Kandidat für die Startformation im Spiel gegen Kräuter Fürth. So, ich hätte mir alle Fragen beantwortet. Ich hätte ganz kurz noch was. Ja, bitte. Ich möchte mich bei allen Journalisten, auch vielleicht die jetzt nicht anwesend sind, für die konstruktive Zusammenarbeit in diesen vier Monaten, in diesem halben Jahr fast erstmal bedanken. Hat mir großen Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten mit jedem Einzelnen und wünsche auch hier in der Runde dann nach dem Spiel ein frohes Weihnachtsfest, falls man sich bis dahin in der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht nochmal sieht und danach auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, ich denke, ein sehr schönes Schlusswort darf ich bedanken bei Dirk Schuster, darf ich bedanken für Ihre Anwesendheit und freuen uns auf Sonnabend in diesem Sonnaglück auf.